hier ist die familie hinten rechts mit dem roten dach wir wollen alle einen mittagsschlaf machen also haltet bitte eure fresse der hut von dem 1 meter 70 man sieht echt kacke aus hör auf den leuten das impfen auf zu quatschen hast keine ahnung von medikamenten mit einer bedingten zulassung zu bedingten zulassungen toni ich hab kurz ein statement für dich für dich und zwar ich habe deine mama gefickt aber vorher weitest du durch impfen richtig ich habe deine mama geimpft ohne dass ich wollte und das ist das brandenburger tor hier wurde angela merkel zur kaiserin gekrönt so 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 so